Musik Zu weit zum Springen, aber Taka meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Mhm. Es klappt. Oder auch nicht. Wie bei Indiana Jones hier. Auf das Game freue ich mich ja auch schon auf Indiana Jones. Ah. Mhm. Mhm. Ah. Guck mal an. Das haben wir doch gerade die ganze Zeit gemacht. Warum sagst du es mir denn nochmal? Mittlerweile habe ich es kapiert. Wie lang? Hm. Wo lang denn? No. Ach, darüber. Okay. Ah. Echt gute Sache. Hä? Ah. Das macht uns die Sache nicht einfacher. Ah. 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 Besser auch noch? Schlecht. Oh. 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 Das ist ja genial. Das ist ja mal genial. Bleiben wir in der Luft und gehen erstmal außen rum. Da sind verdammt viele. Ja. 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 Was ist das? Woa, 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 woa. Woe, woa! Wo ist er? Ja. Da ist noch schön. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das war alles andere als optimal jetzt. Dumm. Mann, Mann, Mann. Ah! Huh? Oh, so, das ist schon. Oh, war. Huh? Oh, was das? 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 Gehen Sie bitte! Gehen Sie bitte, Gehen! Okay, I'm for what? Ja, das ist so alles gut. Euer Mann und Feln, ich hab' es nicht geholfen. Ich hab' es nicht geholfen. Ich hab' es nicht geholfen. Du hast es nicht geholfen. Ich werd' es nicht geholfen. Das ist ein paar Faktoren. Ich werde' es nicht geholfen. Meine Fresse, das war echt nicht gut. Gott, das geht so nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das klappt ja wunderbar. Oh, jetzt mal check, check machen. Da unten läuft einer, den könnten wir noch wegpusten. Okay, Kunai. Wenn der vorbeikommt, den machen wir weg. Hmm. Hmm. Ja, es kann auch. Da ist nix. So viele Mongolen. Ich hätte mir vielleicht hier mal die Dings anziehen sollen. So, jetzt haben wir die Typis. Erstmal checken. Den einzelnen kriege ich ja vielleicht. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Und let's check, da unten ist einer. Da sind zwei. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So knapp. Ich muss die nacheinander hier ausschalten, weil sonst wird's echt ekelhaft. Und jetzt wird's echt ekelhaft. Die Miso. Dürten, Bagaio! Ich kann nicht mehr aus dem Kopf nicht mehr ausgehen. Morse! Was hast du die Arte gewonnen? Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Du kannst du nicht mehr ausgehen? Du kannst den Anfausten. Ich bin dran! Du kannst dich nicht mehr ausgehen. Du bist nicht mehr aus! Ne, nix! Ne, nix! Oh, ist doch kacke, ey! Oh, jetzt regt's mich aber auf! Jetzt sollten wir erstmal von der linken Seite aus anfangen. Ne, das war jetzt nur nicht geplant, aber in Ordnung. Das war's mal irgendwie so aufräumen. Ja, vielleicht sollte ich doch lieber die andere Rüstung anziehen. Können wir das machen? Ja, dadurch mehr Tarnung haben. Hey! Samurai-Herrat, Ratschütz! Oh, das ist doch! Oh, das ist doch! Oh! 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 Okay, ein paar haben jetzt weggeholt. Vielleicht können wir das Schwein ja da rausholen. Geh, 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 Geh! Oh, oh, oh. Mhm. Was? Mhm. 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 Ja, bierchen. Jetzt wird's natürlich. Mhm. 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 Dich, siehst du? Cuid, du bist du? Du bist du? Du bist du? Du bist du? Dachau! Dachau, du gehst! Die Hände, die Hände! Oh Gott! Ein Ende der Dosen! Was ist, Betty? Loser! Tut mir leid, Bear. Du hast mir sehr hervorragende Dienste geleistet. Und der kriegt nichts mit der... Auch hammerhart, oder? So, die erste Hälfte haben wir hier schon ausgeräuchert. Naja, immerhin. Schon mal zwei von sechs. Wir sind schon mal weiter als vorhin. Da unten sind zwei. Einen kriege ich. Oh, um der Ecke steht, glaube ich, auch noch einer. Wäre so ein Kettenattentat ganz geil. Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Okay, jetzt die Mongolen besiegen. Hm? Hm? The guy? The guy? The guy? Äh! Ah! Ah! W- Ah! 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 Du kleiner Wutzel. Jetzt den Alarm auslösen, damit Rioso kommt. Alter Falter, das war schwierige Geburt. Wir sind bereit, jetzt das Tor öffnen. Los Leute, kämpft für eure Freiheit! Na dann. Ja, das gibt's doch nicht. Verdammte Angst nochmal. Los Leute, kämpft für eure Freiheit! Der haben wir nicht. Ja, ich helfe ja. Das war knapp, mein Herr. Ja gut. Da gibt's noch einer. Ich wusste, ihr vergesst uns nicht. Er kann nicht ewig weglaufen. Er kommt nicht wieder an uns vorbei. Wir haben gewettet, wann ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Ich hätte nicht wettet. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont. Und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Ja, ist schon komisch, ne? Also gut, Männer. Auf die Pferde! Ich muss zu Yuna. In Komatsu. Hm. Aber, bevor wir dahin gehen, werden wir noch was machen. Nämlich, wir werden erstmal an diesem Schrein da hocheiern. Der Schatten des Samurai. Naja, dann lassen wir mal ganz kurz gucken. Wenn wir noch irgendwas mitnehmen können, was Sinnvolles. Ich denke, Vorräte sind immer gut. Die können wir immer gebrauchen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Gehen wir nochmal hier gucken. Oh, ich glaub, der Bär läuft hier immer noch rum. Oh, ich glaub, der Bär läuft hier immer noch rum. Komm mal da nicht rein, doch. So geht er. Ja. Ach, da hinten ist er doch. Dann holen wir uns den jetzt mal. Ja. 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 Na wo? Komm. Na. Das kann doch nicht wahr sein. Ist der Bär mich jetzt hier noch gefühlt, oder was? Hm. I swore to protect this island of my life. But now the Mongols have stolen our home, killed our samurai. I can't let more of our people die. I need every weapon we have. Tsushima can't afford anything less. The Mongols have changed you, young master. The world has changed. Sometimes our only choice is to walk away from everything we know. I sacrificed everything for my people. And I would do it again. And I would literally take care of myself and enjoy the music.